Ah, ist da nur einer? Oh, ach da! Mensch, ich hab mich für den Stern gehalten. Naja, gut. Da hab ich erstmal nur noch pro Zeit stehen und jetzt hauen wir wieder. Seid ein andermal! Und ja, wir können auch schön mit Seid aussprechen. Das können wir... Ey. Das können wir eigentlich auch mal. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffes. Er erzählt ja auch ganz interessante Sachen. Und Kazumi eigentlich auch. Ah, ja, okay. Hm, ja, okay. Ach komm, Treibstoff. Tacken wir ein bisschen. Hey, hab was mit 100.000. Schön. Ist ja voll gelootet. Eine Sonde dazu. So, 60 Sonden. Ich will da hin. Genau da hin will ich. Oder da hin. Das wär' ich cool. In unserer Galaxie. Irgendwo hier. Hier sind die Kollektoren. Genau da. Na ja, hier haben wir jetzt einige dazugekriegt. Feuergänger. Ja, okay. Wie gesagt, wir machen erst diese Feuergänger-Mission. Ich hoffe, das ist das Richtige. Oder? 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 Jawohl. Jakava. Wer denkt sich solche Namen aus? Wirklich? Originell. Aber wer denkt sich die aus? Haben die irgendeine Bedeutung? Das frage ich mich mal die ganze Zeit schon. Oh ja. Wollen wir mal. Gucken wir hier mal. Coole Farben. Kubayashi. Was? Kuba. Kubayashi. 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 Ja, keine Ahnung. Kubayashi. Ich sag's einfach. Kubayashi. So. Wo ist mit Y? Oh Gott. Ich gehne schon. Ja. Ich bin jetzt schon. Keine Ahnung. Ich gehne schon an Aufnehmen, ey. Wir sind schon an drei Stunden lang Aufnehmen. Garantiert. Ich wacke mir, meinst du. Mach ich auch immer gerne. Ah, da ist unterforscht. Da ist unterforscht. Da ist unterforscht. Da ist unterforscht. Sakata. Sakata. So, okay. Guter? Nein, 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 nein. Yo, WhatsApp Sakata. Karumto. Auf zu Karumto. Feiergegner-Mission. Ich habe eine Anomalie geortet. Ich ja kein Geht oder sowas. Ich will nix. Sonder gestartet. Ich habe etwas gefunden. Dann landen wir mal. Ist das der Eisplanet? Oh, kurz was trinken. Durst. Ja. Also, wenn man ständig am Reden ist, dann wird man auch durstig. Jo, komm. So. So. Ja, 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 alles gut. Alles gut. Zieht euch warm an. Es wird köln. Ich hasse diese Mission eigentlich. Ja, die Mission hasse ich. Ja, wie auch immer. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Da muss ich hin. So. Zack. Warnung. Gebiet wegen instabiler vulkanische Aktivität gefährdet. Es war knapp. Aber ich habe hier irgendwas für mich erwartet. Oh, da. So. Hier ist er. Ich sehe so einen kleinen Weg. Ja, Garos. Hast du gehört? Safe. Naja, dann bin ich für das ein bisschen schlecht. Wo ist ein Hindernis? Ich sehe nichts. Ja, gut. Dann wollen wir mal weiter. Mensch, das geht ja schnell. Aha. Alles klar. So. Jetzt verlassen wir den Hammer. Und schauen uns das mal an. Hinweis. Wir suchen sie die Forschungs... ...dass wir noch hinweisen. Naja. Wie hätte es auch anders sein sollen? Hier ist keine Luft. Vakuum. Naja. Wollen wir mal weiter. Und immer den Abzug auf Schlag. Das sieht mir sehr richtig aus. Okay. Lock von Doktor... Was? Wir... Von Doktor... Ja. Und du mich auch. Nummer Uno. Wir haben unter dem Vulkan eine Fundstätte von... ...immenser Bedeutung entdeckt. Das unkalkulierbare... Was? Mann. Das unkalkulier... Ach. Ich kann kein Deutsch. Das unkalkulierbare... Terien. Macht die Beschaffung jedweder Daten. Höchst riskant. Ja. Alles klar. Ich will mich auch. Ich darf mal holen wir die Schlafplätze. Ja. Nein. Wenn es von immenser Bedeutung ist. Ja. Von immenser Bedeutung ist man noch da. Okay. Geh ich jetzt mal hier lang. Das sieht mir so geheim aus. Wenn die verschlossen ist. Sicher haben da... Dort haben sie geheimen Pornos. Zack und zack. Ah ja. Iridum. Ach was. Sonst war hier... ...nix. Naja. Vorher gut. Hat sich voll gelohnt. Das war kein Zufall. Ich hatte recht. Diese Station war eine Art Karte. Die zum Hauptteil der proteanischen Ruinen führt. Aha. Doktor Oloi und ich sind uns einig. Dass das um jeden Preis ein Geheimnis bleiben muss. Ich lasse nicht zu. Dass so etwas wie Eden Prime noch einmal passiert. Die Geth. Die Reaper. Sie alle. Sie müssen aufgehalten werden. Ja okay. Gut. Alles klar. Aha. Was haben wir hier? Oh. Okay. Was ist noch? Irgendwas. Sensoren aktiv. Terminal. So. Dieser... Dieser heilische Planet ist eine Sternenkarte. Hm? Die zu einer proteanischen Fundstätte von immenser Bedeutung führt. Ja. Eine Stunde. Hm hm. Was wir eigentlich schon gehört haben. Später bleiben. Wenn ich das durchlesen will. Ich lese mir leise durch. Weil ich nicht so gut vorlesen kann. Wie man das sicher schon bemerkt hat. Aha. Aha. Okay gut. Sensoren aktivieren. Ja okay gut. Dann wollen wir mal. Was du nicht sagst. Wir müssen weg von hier sofort. Was du nicht sagst. Anderer Weg. Los, 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 los. Wir hauen jetzt einfach rein. Weiß nicht, ob ich das mache. Und einfach nur abbauen. Einfach nur weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Na Hammer, es geht. So, dann wollen wir mal. Betreten, betreten. Nur los. Leide, Bildschirm, Leide, Bildschirm. Einer Bildschirm, Leide, Bildschirm, Leide, Bildschirm. Leide, Bildschirm. Neuuuun. Neuuuun. In einer Alienvorkommen entdeckt. Verdammt. Verdammt. Scheiße. Scheiße. Manometer. Das ist bitter. Bitte die ganze Mission nicht von vorne wieder. Puh. Einschweiß. Leide, Bildschirm, Leide, Bildschirm, Leide, Bildschirm, Leide, Bildschirm. So. Und auf geht's. Weg hier. So. So. Na, na. Komm. Oh. Haua. Ah. Mann. So. Ei, Lüde. Ei, Lüde. Ei, Lüde. Zack. Und du war. Wie viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Ist das nicht. Wenn mir die Ticken hier einbricht, ist das kein Hindernis. ich selbst nicht ganz Ja, los! Das Turbo! Das Nitro! Das geht weg! Naja, dann heißt es die Überstunden! Wir müssen wohl die Mechaniker ein bisschen länger machen. Da werden wir zur Forschungssituation sichergestellt. Ja, also erfolgreich aus dem Vulkan geflogen. Jawohl. Alles klar. Aber wir machen noch diese andere Feiergänger. Einfach nur so. Müssen wir das eigentlich nicht unbedingt machen. Brauchen wir auch nicht. Ich gucke auch nie genau auf die Zeit. Wie lange ich schon eigentlich aufnehme? Gucke ich eigentlich nie. Ist mir scheißegal, wie lange wir das noch machen. Hier. Gern. Ah, da. Alles klar. So. Oh. Pfff. Naja. Egal. Massenportal. Artefaktensammlung. Geht. Überfall. Ach, diese Feiergänger. Sie zieht sich echt lange hin. Egal. 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 So. Weil es hier so lange gedauert hat, mache ich jetzt hier gleich kurz einen Schnitt und schneide es dann zusammen. Nachdem ich eben die Planeten hier mir reingezogen habe. So. Und zack. Oh. Ja. Anomalie geortet. Ja, okay. Kommt das noch. Und dann. Ne. Sonde gestartet. So. Ich habe etwas gefunden. Alles klar. Gut. Hier mache ich jetzt einen kurzen Schnitt und dann komme ich gleich wieder.